Criminal Squad. Tja, und ich glaube es gar nicht, dass ich den folgenden Satz wirklich sage, aber es ist 23 Jahre her, dass ich Heat im Kino gesehen habe. Ja, 1995 war das. Und ich würde sagen, dass hier wirklich jemand sich noch mal Heat reingezogen hat und gesagt hat, ist doch jetzt schon so lange her, jetzt können wir den ganzen Stoff doch noch mal neu auf die Leinwand bringen. Ich muss dabei jetzt richtig stellen, es ist kein offizielles Heat-Remake, aber ein Film, der sich ganz eindeutig bei diesem und auch bei diversen anderen Genre-Vertretern einige Aspekte zusammengeklaubt hat und deswegen nicht wirklich eine Neuauflage ist, aber eben doch ein ziemliches Abbild. Tja, und es ist leider ein Film, der, was ich auch in letzter Zeit oft feststelle, der zappt. Denn, das ist eigentlich ein Vorteil, er ist über große Strecken unvorhersehbar, aber das auch nur, weil er seine Ausrichtung regelmäßig verändert. Wir haben im Kern einfach Gangster gegen Cop, eine Polizeieinheit gegen eine Gangsterbande und im Grunde sind beide Seiten in irgendeiner Weise so verdorben und böse, dass wir keine guten haben. Gerard Butler spielt den Ermittler Nick. Nachdem es einen blutigen Überfall auf einen Geldtransport gegeben hat, erforscht er die Umstände und gerät relativ schnell an eine Bande, die von dem genialen Merryman angeführt wird. Und das ist dann die erste Stunde des Films. Gerard Butler observiert Merryman und seine Leute und hinterfragt bei einem längeren Verhör bei einer Figur so ein wenig die Hintergründe. Die werden dann sehr verwirrend in Rückblenden aufgezeigt. Eigentlich ist das alles in Ordnung, aber man fragt sich stellenweise, warum verhält sich Gerard Butler so, wie er es tut. Es gibt so ein paar Schlüsselzählen, die könnte ich jetzt einzeln aufzählen, muss ich aber nicht. Aber jedenfalls, seine Figur verhält sich für mich, insbesondere in einem Moment, komplett unklausibel. Auch, dass der Film erstmal so in die Klischee-Kiste greift, Gerard Butler so als typischen bösartigen, aber doch irgendwie effektiven Killer-Cop oder so präsentiert. Das ist etwas, was, ja, es ist altbekannt und nichts Neues. Und dann nach etwa einer Stunde macht der Film dann den Cut. Da sind dann alle äußeren Umstände im Grunde bekannt. Und dann geht es um den großen Raubzug. Ab da hat man die Situation, dass Gerard Butler und seine Leute nicht wissen, was die Gangster planen. Und dann wird eben dieser große Raubzug durchgezogen. Man ist quasi genauso ratlos, weil man den Plan nicht kennt, was denn nun passiert. Und die gesamte zweite Stunde ist dann im Grunde ein großer Was-Geschieht-Nun-Heist-Movie. Wie gesagt, im Kern kann ich dem Film vorrangig vorwerfen, dass er sich diverse Schlüsselaspekte aus Heat aufgreift und sie in der Light-Version präsentiert. Also mit Gerard Butler macht der Film jetzt nichts verkehrt, aber es ist natürlich jetzt nicht das Niveau eines Al Pacinos. Den Darsteller von Merriman, der ist mir schon wieder entfallen, wie er namentlich hieß. Aber das ist so eine bleiche Gestalt, dass man gar nicht versuchen braucht, auch wenn die Figur an sich genial ist, da irgend so ein Spannungslevel aufzubauen. Genauso alle anderen Nebenfiguren sind vielleicht beim Schreiben völlig okay gewesen, aber sie werden von so uninteressanten Darstellern verkörpert, dass da sich zu keinem Zeitpunkt Spannung oder gar Hitze aufbaut. Der Film zappt halt, wie gesagt, in der ersten Hälfte ist es so ein aufbauendes, nicht Drama, aber eben so ein verschachtelter Film, der so nach und nach die Figuren aufbaut. In der zweiten Hälfte gibt es dann gnadenlosen, harten Thrill bis hin zu einem furiosen Finale. Es ist, ich kann es an folgenden Punkt zusammenpacken. Ich habe den Film in einem Kino gesehen, in meinem Kino gibt es halt immer wieder diese Heroes Nights, also quasi Männerfilme. Und ich hatte da so eine Truppe, ich würde mal sagen 6, 7 ältere Gestalten, so alle jenseits über die 50, Plauze voranschleppend, die sich da hinsetzten, den Film laut kommentierten die ganze Zeit. Es war einfach ein Herrenabend im Kino und dafür taugt der Film. Wenn man wirklich quasi so einen Männerfilm gucken, wie so eine harte Nummer, dann macht man hier nicht wirklich was falsch. Wenn man aber wirklich halt auf diversen Ebenen rangeht, was die Darsteller angeht, was den Spannungsbogen angeht und all das Ganze, merkt man eigentlich, dass es hier nur eine verwässerte Version von altbekannten Motiven ist. Und als solche kann ich den Film jetzt nicht nennenswert empfehlen, wenngleich auch einige Actionpassagen sehr, sehr gut sind. Aber ich meine, Heat zeichnete sich durch eine geniale Riesenschießerei aus. Und genauso packt dieser hier an mehreren Stellen die dicken Wummen aus. Das reicht aber nicht wirklich, um mich zu überzeugen. Deswegen kriegt das Ding von mir 2 von 5 Punkten. Der Umstand, dass es am Startabend, beziehungsweise ich habe den jetzt einen Tag vor Start gesehen, und dass er sogar bei dieser Vorpremiere im kleinen Randkino des Multiplexes, in den ich immer gehe, lief, ließ mich schon vermuten, was das Kino da für ein Potenzial sieht. Wie seht ihr das? Habt ihr diesen Film auf dem Schirm? Glaubt ihr, dass das euch gefallen könnte oder dass ein Remake von Heat interessant oder Blasphemie ist? Das dürft ihr mir erzählen in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt ansonsten wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. .